Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Voice-Over auf dem Crash Academy Channel. Es geht um den Sound von Star Marine. Hier ist viel Arbeit reingeflossen und auch wenn es sich bei einem Voice-Over ein bisschen schlecht macht, möchten wir euch trotzdem ein bisschen was präsentieren von dem, was hier erledigt wurde. Und zwar ging es erstmal darum, ein einheitliches Musikkonzept zu schaffen und zwar nicht nur für Star Marine, sondern für Star Citizen. Das war die allererste Aufgabe. Dadurch haben sie ein globales Musiksystem entwickelt, was sie jetzt in unterschiedliche Typen verteilt und im Grunde aber immer den gleichen Ursprung wahrt, sodass man immer denkt, man ist im gleichen Spiel, nämlich Star Citizen. Und ein wichtiger Teil davon ist das Musiklogik-System, was wir hier präsentiert kriegen. Das ist im PU und in Squadron 42 deutlich komplexer als jetzt in Star Marine und darum konnten sie Star Marine als gutes Beispiel benutzen, wie man hier die Musiklogik richtig anbringen kann. Er zeigt uns jetzt zum Beispiel, dass die Game Rules, also die Arten, wie das Spiel gespielt wird, die Spielmodi selbst, erstmal die Basis bestimmen für die Musik, die hier gesetzt wird. Dazu nimmt er sich erstmal als allererster Stelle für Star Marine selbst sechs verschiedene Tracks, die völlig unterschiedliche Musik haben und die auch in unterschiedlichem Mischverhältnis zueinander stehen. Von Anfang an sind diese Tracks aktiv. Das heißt, in dem Moment, wo man ins Spiel startet, ist diese Musik schon da, aber wir hören sie nicht. Sie ist einfach nur so weit im Hintergrund, dass man sie an der Stelle noch nicht hören kann. Sie hat nämlich zwei Parameter und zwar einmal Control und Time Limit. Control gibt dabei an, wie erfolgreich du in dem Spiel gerade jetzt bist und dementsprechend wird das Mischverhältnis verändert. Das heißt, wenn du fast am Gewinnen bist, dann wird es entsprechend lauter die Musik, wohingegen dann Time Limit angibt, wie lange das Spiel schon läuft und ob die Zeit langsam knapp wird. Und das verändert sich so, dass ich das euch jetzt mal kurz hören lasse am Beispiel dieser Musik. Wir machen es um 50%. Wir machen es um 50% zu über 50%. Wir können hierher hören, es geht um 50% zu über 50%. Und jetzt, ihr seid um 50% zu über 50% zu über 50%. Und jetzt, ihr seid ihr fühlt sich die Energie, es geht umsitend. Wir machen es wieder. Wir machen es wieder. Hier sind drei Lägers der Musik, die sich jetzt zu über 50%. Jetzt geht das hier. Und jetzt hier. Und jetzt ist es wirklich zu über 50% zu über 50%. Und jetzt ist es große, voller Spektrum-Musik. Du kriegst einen wirklichen Sinn von Erinnerung. Wie ihr vielleicht gehört habt in dem Beispiel, regelt das Ganze also nicht nur die Lautstärke, sondern auch die Mischung der einzelnen Tracks untereinander und die gesamte Dynamik. Und das Ganze ändert sich eben automatisch, je nachdem, welcher der beiden Parameter angegriffen wird. Und das Ganze wollen sie aber nicht zu eng mit dem Spiel, also an bestimmten Eckpunkten verknüpfen. Sie wollen es also nicht plakativ gestalten, so wie man das aus älteren Spielen kennt, dass man an der Musik bereits klack in diesem Moment sofort hört, hier verändert sich die gesamte Situation, sondern sie wollen eine Art Aufbauspannung erzeugen, das heißt ein cinematisches Erlebnis, wo sich aber durch die beiden Parameter, nämlich das Gameplay auf der einen Seite, was man im Spiel erreicht und die Spielzeit, die vergangen ist auf der anderen Seite, zwei völlig unterschiedliche Parameter zu ändern, so entwickeln, dass dadurch aber ein Spannungsgefühl entsteht und das Ganze in der Musik und durch die Musik. Und dadurch haben sie jetzt ein System erreicht, was tatsächlich der Logik vom Gameplay selbst folgt. Für Star Marine war das deutlich einfacher als für Squadron 42 zum Beispiel, weil man dort viel mehr Auswahlmöglichkeiten hat vor allem. Und auch beim PU wird es noch eine Herausforderung. Jetzt gehen wir hier zu einem Associate Audio Producer und die junge Dame erzählt uns jetzt erst mal, was ihr Job eigentlich ist, nämlich sie ist vor allem fürs Informationsmanagement zuständig. Das heißt, die richtige Priorität, die gesetzt wird für die Audio Teams, dass sie dort die Informationen in der richtigen Zeit an die richtige Stelle liefert und dass die Leute damit arbeiten können. Das ist ja hauptsächlich ihr Job. Und dann stellt sie uns so langsam die Audio Features vor von Star Marine. Und da kann ich nur empfehlen, das ist sehr leise hier, deshalb hört einfach nochmal ins Original rein oder wartet kurz ab, bis der Patch dann wirklich da ist. Aber es ist wirklich sehr beeindruckend, denn wir haben zum Beispiel in Star Marine zwei Audio Settings, einmal Vakuum und Atmosphäre. Und das bedeutet, dass man im Vakuum schon alles sehr gedämpft hört. Man ist tatsächlich im Weltraum, man spürt es und man hört es vor allem auch. Das heißt, die Waffen, die Schritte, alles klingt sehr, sehr gedämpft, wohingegen in der Atmosphäre zwar alles normal klingt, aber die Leute außerhalb tatsächlich auch gedämpft sind. Das heißt, alles, was draußen außerhalb der Schotten abgeht, ist auch gedämpft hier. Und außerdem kommt noch das Musiklogik-System dazu, was wir vorhin schon vorgestellt haben. Und sie haben jetzt auch Dialoge hier drin in Star Marine, und zwar direkt von der KI zum Spieler. Nämlich wir haben eine Ansagerin hier, auf die sie sehr stolz sind, die nämlich sozusagen den Game Master von Star Marine darstellt und das Spiel eröffnet und beendet und ähnliches. Und wir haben sogar die Leader der jeweiligen Marines oder Outlaws-Fraktionen, die nochmal Spiele-Tipps geben und sagen, hier, du musst mehr erobern oder das und das musst du jetzt machen. Und das haben sie jetzt mit drin. Und damit gehen wir nochmal zu einem Junior-Sound-Designer und hören uns nochmal an, was er für eine Arbeit gemacht hat an den atmosphärischen Sounds und Geräuschen. Die wichtigste Frage, die er sich dort erstmal gestellt hat, war, soll denn ganze Atmosphäre in Star Marine prominent sein oder eher im Hintergrund laufen? Und liegt hier der Fokus nicht auf den First-Person-Shooter selbst und nicht auf die Atmosphäre? Aber nein, genau das ist das Gegenteil, ist der Fall. Sie wollen auch hier in diesen Maps, in diesem Spielmodus einen ganz einzigartigen Soundcharakter haben. Und hier im Beispiel zeigt er uns also jetzt einen Teil von Echo 11, also einen Engineering-Teil. Das Ganze soll auch von der Sound-Atmosphäre getragen werden, nämlich industriell, finster, Metall-Look und Sounds dazu, Dampf, aufsteigender Dampf und ja, insgesamt eine sehr industrielle, finstere, dunkle Anlage. Und dazu gibt es eben sehr viele platzierte Sound-Effekte, die man hier sieht. Einzelne Sounds, die dann zusammengenommen ein ganzes Klangbild ergeben und die sich dynamisch dadurch verändern, in welcher Position man gerade auf der Map steht. Und das Ganze soll eben dazu führen, dass es eine sehr immersive Atmosphäre ergibt. Hier haben wir zum Beispiel Rohre und tatsächlich hört man das im Original-Video, also hört da ruhig mal rein, dass hier das Wasser durch die Rohre rauscht oder zumindest irgendeine Flüssigkeit, während man daneben steht, wohingegen es dann eben hin und wieder mal Dampfausstöße oder Ähnliches gibt, die dann auch vom Audio getragen werden. Ganz besonders stolz übrigens ist er an der Stelle, das sagt er noch mal gleich, auf einen Lüftungsschacht, in den man hineinkriechen kann. Da hat er viel Arbeit reingesteckt, dass sich hier die Atmosphäre auch wirklich eng und beklemmend anhört, dass hier auch die Resonanzräume entsprechend klein sind, sodass man wirklich das Gefühl hat, in einem Lüftungsschacht zu sein und hier drin zu kriechen. Das hat wohl sehr, sehr viel Zeit gekostet, das Ganze so zueinander passend zu designen, weil die Sounds im Grunde genommen die gleichen sind. Aber sie eben einen ganz anderen Reworb, einen ganz anderen Hall und Ähnliches brauchen, als in der anderen Umgebung. Schluss und letztendlich erzählt er dann noch, dass das nächste Ziel, was sie haben, ein sehr spannendes ist, und zwar, dass das Umgebungsaudio darauf reagiert, was die Waffen machen. Das heißt, auf Feuerstöße, auf Schussgeräusche, dass zum Beispiel in einem Raum, wo eben viele Kleinteile sind, gerade Metallkleinteile, dass die, je nachdem in welcher Entfernung man zu denen eine Waffe abfeuert, eben einen Resonanzkörper bilden, das heißt, resonieren und dementsprechend nochmal den Sound wiedergeben, den die Waffe gerade gemacht hat. Das ist das nächste große Projekt, sehr, sehr spannend und soll bei einer der nächsten Maps für Star Marine in Aktion kommen. Ich danke euch hier sehr herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Hört nochmal in die Original-Episode. Und ansonsten bis bald und see you on the flight deck.